Ich lerne Deutsch. Nummer 10506 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Entwicklung der Menschheit ist ein fortwährender Prozess. Die Entwicklung der Menschheit ist ein fortwährender Prozess. Der Beruf der Krankenschwester ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Der Beruf der Krankenschwester ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Der Beruf der Krankenschwester ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Ich kann aufhören zu denken, dass ich nicht glücklich sein kann und mich an kleinen Momenten erfreuen. Ich kann aufhören zu denken, dass ich nicht glücklich sein kann und mich an kleinen Momenten erfreuen. Auf dem Markt in der Türkei gab es viele Stände, an denen Teppiche günstig verkauft wurden. Auf dem Markt in der Türkei gab es viele Stände, an denen Teppiche günstig verkauft wurden. Auf dieses Schild kann ein beliebiger Text geschrieben werden. Auf dieses Schild kann ein beliebiger Text geschrieben werden. Teddybären sind stumme Begleiter auf der Reise des Lebens. Teddybären sind stumme Begleiter auf der Reise des Lebens. Die Aufgaben eines Sicherheitsmitarbeiters können je nach Arbeitsumgebung variieren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.